Porzellan, Spielzeug und vieles mehr, das haben wir wieder in der jetzigen Auktion zu sehen. Wenn ihr sowas verkaufen wollt, gerne bei uns, aber schaut mal, was wir hier alles im Angebot haben. Unter anderem Märklin, wir haben Porzellan von Nymphenburg, von Meißen, von KPM und vielen mehr. Wir haben hier asiatische Objekte, Vasen, wir haben hier etwas Erotika, hier unten Skulpturen von deutschen Künstlern oder Porzellane aus vielen anderen Manufakturen. Hier habe ich euch etwas kleines rausgesucht, und zwar dieser Spielautomat. Und zwar haben wir hier einen Vogelkäfig, den muss man hier unten aufziehen. Und dann haben wir hier so einen kleinen Hebel, einen ganz unscheinbaren, und wenn ich den jetzt mal löse, das ist ja schon richtig cool. Also ich bin da selber gerade beeindruckt, also die Köpfe bewegen sich hier, und die Vögelchen, die geben also echt Gas. Und das hört sicherlich sogar auch noch ganz gut an, also das finde ich richtig cool. Ich glaube, sowas muss ich mir selber mal kaufen. Also solche Dinge gibt es bei uns, und das heißt, viel Spaß beim Bieten, und einen schönen Tag wünsche ich euch. Vielen Dank. Vielen Dank.